Der Handschlag-Gipfel Der Stammtisch im Süden Hamburgs Im Dreiländereck Lüneburg-Heidekreis-Harburg Der Wirkungskreis erstreckt sich auf den Raum Hamburg-Hannover-Bremen Das persönliche Begegnen und das gemeinsame Erleben stehen im Fokus Informative Treffen und außergewöhnliche Events bieten dazu die unterschiedlichsten Anlässe Der Handschlag-Gipfel bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, in angenehmer Atmosphäre Kontakte zu knüpfen bzw. zu pflegen und Informationen zu tauschen Teamerlebnisse, die fast immer auch Nützliches für das Geschäfts- und Berufsleben vermitteln, erfordern keine sportlichen Höchstleistungen sondern fördern den Zusammenhalt und motivieren alle Teilnehmer, zu denen jedes Teammitglied etwas beiträgt Der Handschlag-Gipfel findet jeden zweiten Freitag des Monats im Centerparks Bispingerheide statt Der Natürlicher, die über Jenkins bemühten in이다 Ja! Ja!